Freunde, natürlich auch jetzt wieder zwischendurch eine kurze Geschichte. Ein Lkw-Fahrer bewegt sich auf der Freilandstraße und wird von hinten von einem Autofahrer immer angeblinkt mit Lichthube. Er möge doch stehen bleiben und rechts raus fahren. Der Lkw-Fahrer bleibt stehen, fährt rechts raus, macht die Scheibe runter. Ebenso der Autofahrer. Der Autofahrer sagt zum Lkw-Fahrer, Hi, ich bin Andy, das ist mein Handy. Neben mir sitzt Mandy und du verlierst Ladung. Der Lkw-Fahrer kurbelt die Scheibe hoch und fährt weiter. Dauert es nicht lang, wird er wieder vom gleichen Autofahrer von hinten belästigt. Lichthupe, hupen, er soll doch wieder rechts ran fahren. Lkw-Fahrer bleibt wieder stehen, Scheibe runter, der Pkw-Fahrer auch die Scheibe runter, sagt der Pkw-Fahrer, Ich sag's dir jetzt noch einmal, ich bin Andy, das ist mein Handy. Neben mir sitzt Mandy und du verlierst Ladung. Plötzlich sagt der Lkw-Fahrer zum Autofahrer, Servus, ich bin der Günther, es ist Winter und ich fahr den Streuwagen. Applaus Applaus Vielen Dank.